Wie ist die Montage und Inbetriebnahme einer Enthärtungsanlage? Wissen Sie, wie einfach die Montage und Inbetriebnahme einer Enthärtungsanlage sein kann? Heute erfahren Sie, welche Vorteile Ihnen unsere Lex 10 Plus Anlage bietet. Weiches Wasser liegt voll im Trend. Immer mehr Kunden schätzen die Vorteile von weichem Wasser mit Wohlfühleffekt. Wir haben mit unserem neuen Gerät Lex Plus diesen Trend aufgenommen und einige clevere Details und Funktionen entwickelt. Abhängig von Art und Anzahl der Entnahmestellen kann das Gerät in einem 1-2 Familienhaus eingesetzt werden. Basis für die Montage der Lex 10 Plus ist der Syr Universal Flansch aus unserem Zubehörprogramm. Darüber hinaus wird nur noch das erforderliche Regeneriersalz benötigt.